I have a first question for you. What makes you more upset? Are you more upset within your daily work because of technical issues or because of people you work with? Hallo? Hi Esti. Ach nee, ich erzähle gerade was zur Organisationspsychologie und was Leute aufregt. Ich kann gerade nicht, aber ich rufe dich später nochmal an. Tschüss. Dank Eventphone bin ich auch während des Vortrags immer erreichbar, denn Mobiltelefone müssen ausgeschaltet werden. Danke, Eventphone.